sehr gut und dann einfach jetzt die inseln abklappern oder oder was meinst du ja auf jeden kommt schon wieder der verdammte hai aber der sollte auch bald sterben glaube ich wenn wir so weitermachen ist ja schon relativ gedamaged wir sind wieder müllstrom wir haben diese riesigen müllinsel gott zeit dank werfen die leute so viel müll weg die fahrzeuge das sind doch gestalt an für die erste runde ist doch gar nicht mal so schlecht schon 19 metallerz krass soll ich mal hier weiter bauen nicht genug plastik regen hat das irgendwas zu bedeuten was könnte man den auffangen ach so regen zum einen ja ich glaube das füllt diese diese wasser generierer schneller auf besser genere toren aber vor allem gießt es muss ja nicht gießen also regen ist eigentlich gut für uns das netz ich habe ich habe kein ich habe kein schwer es tut ich ich solche anker machen nene nene alles gut ich komme schon hinterher geschwommen nice und wir haben eine heimaske und vier haifleisch wie bei see of thieves entsprechend sehr gutes fleisch so ananas samen melonsamen machen wir mal so ähm ja ok da ist wieder ein pass ah du bist schon am start und du hast gesagt du hast keinen speer ja den sollten wir sollte ich mal neue machen weil meiner ist auch kaputt ja mittlerweile habe ich ja wieder material ich kann mir jetzt gleich noch eine herstellen auch weil sie eben von der insel weg waren waren wir ja komplett ausgebrannt ja ich habe schon wieder hunger aber dann nochmal hier guck mich an gott gott oh mein gott danke schwein ein hai mensch hat sich die natur denn dabei gedacht ein schweinhai mensch schweinhai mann schweihai mann oder schwein hai schwein mann schweine hai mann das ist ja mann wer schwein ne ne das ist der witz ist ja das ist der witz ist ja das ist der witz ist ja ähm das ist immer also das sind ja drei verschiedene äh und dann bringen die das immer alle durcheinander und dann wird immer alles ganz oft durcheinander gesagt vor allem auch immer halb die sagen es besteht zwar aus drei komponenten aber ja ja stimmt stimmt haha ja stimmt haha haha was soll denn das halb mann halb bär schwein oder sowas haha ist einfach nur bild ey das hauspack ist schon meist ey ja mann wusstest du übrigens erst mann bär schwein ähm symbole für den klimawandel steht ja mann oh ne musst du nicht Elgore hat doch früher so geworben ja wir müssen was gegen den Klimawandel tun und so und die Macher von South Park haben damals das alles für Müll gehalten das das wir mit mit Klimawandel und so ach du scheiß okay ja und deswegen haben sie diese Folge gemacht mit mit Mannbärschwein so nach dem Motto was labert der für den scheiß ja ähm jetzt allerdings was da da ist äh in der auf der Welt ja momentan sehr großes Thema ist haben sie sich tatsächlich dafür entschuldigt und eine Folge gemacht in der die Macher von South Park also die South Park Einwohner tatsächlich dann Elgore recht geben müssen und so und dann ja Elgore du hattest recht es tut uns leid und so ach ja jetzt kommt er natürlich an und so sagt er dann weißt du und ähm sozusagen als Entschuldigung weil sie jetzt auch das den Klimawandel und so nicht mehr leugnen aus krass ne echt krass holy shit da ist ist auch ne gute Folge auf jeden Fall es war damals einfach so praktisch wir hatten Kohle und Benzin und wir konnten das einfach benutzen ohne uns Gedanken zu machen und so und dann haben sie hier Soll ich mich hergestellt? Hä? ja hab ich mir auch? äh ne aber kann ich machen warte ne warte ich mach ich mach's schon äh 3 Seine brauch ich ja so ah geil die Trockenziegel sind auch fertig ähm hier nehm ich mal das Holz und das Plastik raus da ist ein neuer Hai das ist das ist Herbert du suchst seinen Cousin Claus herbert ähm ich weiß allerdings nicht wie wir weiter bauen sollen boah guck mal was da hinten angeschippert kommt zwei Truhen oder sogar drei ne zwei zwei Truhen und zwei Fässer drei Fässer drei Fässer eine Truhe okay na gut verdammt wir sollten nicht allmählich anfangen uns Essen zu kochen oder? mhm aber dann müssen wir eigentlich auch hier diesen Wasserdestillator bauen und so ähm warte mal hatten wir nicht Glas? ich erforsche das mal einmal Glas haben wir ja das erforsche ich direkt weil dann können wir den nämlich bauen den fortschrittlichen Reiniger dann brauchen wir dieses billig Ding nicht bauen da brauchen wir erstmal Glas für oder nicht? ja das stimmt vielleicht finden wir hier in dieser Kiste was nein du oh nein Manta rochen hau ab wo? hier unter der Mensch den du suchst ist nicht hier äh hat er nicht gesagt ähm da hinten ist übrigens ein Floß da ist immer eine Kiste drauf äh sehr wertvolle soll ich da mal schicken jingeln? ich weiß ja nicht ob du das äh wagen kannst wegen des Highs ne? ah warte hier nimm deine Maske mhm warte nicht kurz wie ne setze ich die auf? ähm gehe ins Inventar und dann lasse da unter deinem Inventar diese ah ok 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 soo sehr gut er greift mich trotzdem an Digga hä kann ich sein? doch der hat mich grad gebissen hä wieso? oh what the fuck soll ich mal in Anker schmeißen? ja das ist jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich ich schilfe mal in deine Richtung schnell nein oh sehr gut sehr 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 gut wofür ist denn das? was steht dabei? wo ist der Rest der ist? oh ok ich muss kurz die Sachen droppen ich frage mich ob das irgendwie mit nem Kürzel geht ja hab uns Richtung wieder gedreht so sehr gut äh ich gehe mal kurz sterben weil dass ich so langsam bin wenn man Hunger hat das nervt mich ein bisschen da muss denn der Hai na los bring mich um ah ich bin voll ertrunken sehr gut top ähm Essen packe ich hier rein die Blätter verarbeite ich mal alle zu Seil so den Speer lass ich da mal so aha und da wird er auch gleich benötigt Mistvieh reparieren so äh soll ich ein bisschen weiter bauen ich würde ganz gerne testen ob man die Netze selbst auch verstärken kann oder ob man nur Böden verstärken kann aber dafür brauchen wir Metall ne? ja und dafür brauchen wir eine Insel also nächste Insel müssen wir auf jeden Fall wieder abfarmen absaugen sämtliche Ressourcen wegsaugen Drogen? Hormos Holzer das ich soll kommt man auf solche Geräusche eigentlich durch ich meine was haben die für Drogen genommen? wenn das so wenn sie dann doch schon deutsche Wörter sprechen warum sprechen sie dann nicht richtige deutsche Wörter? ja hast du recht so top da ist ein Fass das hole ich mir direkt herüber gerannt ja also diese Netze hier die haben sich jetzt schon rentiert haben wir schon ordentlich Ressourcen durchgekriegt da ist eine Insel links schippern wir mal direkt hin, wa? so der Wind geht nach da das heiße ich nochmal so vielleicht sehr gut Bist du grad auf Mute? oder oder was war dir los? ich bin grad customisiert ja ok so dann am besten in die Richtung ich frag mich ob der Wind uns trotzdem so ein bisschen nach da treibt ich hab keine Ahnung aber ich glaub wir nähern uns der Insel ich kann theoretisch schon mal einen Anker bauen das mach ich mal zack und den platziere ich hier mal Geschenk ne Rose? hä? die kann man dann auf den Boden stellen oder was? Rote Blume und Ton ah das ist dann so ne Vase interessant ähm ich glaub wir müssen noch ein Stück weiter nach da ja das sieht gut aus das wird so einig die Merzweil von Komma ist doch Kommata ne? ja ok komm haste Komen nein wahrscheinlich nicht äh ja so ist richtig ok 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 ich muss kurz mein Stuff zur Seite räumen Tartoffel hier rein Wesenstein das ist zu weit so Millimeter Arbeit Millimeter Arbeit Millimeter und ich glaub das sollte reichen so Alter wie viel Holz das freut mich natürlich ich glaub ich brauch mal ne neue Truhe ne? ja oder sogar zwei ich meine warum nicht shit ich hätte eigentlich gedacht das passt hier rein dann muss ich das nochmal weg entfernen sorry Roll wie wird Kommata geschrieben? m sowie Komma mit Doppel M und dann 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 ATA genau also A A T A oder oder ne Komma und dann und dann und dann ATA und dann ATA genau äh stimmt theoretisch sollte ich auch nochmal kurz sterben da ist der Tisch gehen wir euch hier hin neeeeeeen lass es sein ich glaub das war zu spät oh sehr gut noch geschafft so ich äh stürz mich dann auch mal eben in den Tod aber ich mach mal ich würd sagen wir machen eine Kiste nur für Holz und die ist auch schon fast voll so und hier nur Plastik vielleicht keine Ahnung ach so du hast oh ich muss mein Stuff mal wieder aufnehmen hier nicht dass du gleich durchs bloß durchfällt das wär ungünstig Alter haben wir viele Seile sehr gut ähm ich schmeiß mein Stuff hier mal hin und töte mich eben da 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 hat er mich direkt gewittert gewitter wo war das Gewitter in noise es ist einfach so gold ne ähm ist das mein Stuff hier? top so und den Haikopf und ich würde sagen ich buddel direkt los ich hoffe der Hai greift mich nicht an weil ich hab eigentlich den Kopf Haikopf auf wundert mich dass du eingegriffen wurdest aber ich bin jetzt noch im Boot vielleicht bleibt er auch deswegen jetzt hier ich hab keine Ahnung ich darf einfach mal kurz das Boot ja ja ah hier ist noch Sand top ich glaub wir haben bald unseren äh Schmelzofen ne? das freut mich außerordentlich oh und da hinten schwimmen Fässer da geh ich dann auch gleich nochmal hin ähm aber ich will hier vor allem keinen Erz übersehen tatsächlich der Hai greift mich an dann sollte ich schnell nein puh das war knapp ähm ich verstehe nicht warum der angreift obwohl wir die ich weiß nicht ich weiß nicht ist die Wahrscheinlichkeit dann einfach nur niedriger dass er angegriffen werden weil eigentlich greift er dann gar nicht mehr an so wie ich das verstanden habe das freut mich echt ähm da ist Sand dann mach ich da auch mal den Ton zu so keine Ahnung und hier mach ich nochmal zwei Seile draus so und der letzte Ziegel wird gerade gecraftet also craftet sich gerade selbst ich lauf einfach mal auf die andere Seite der Insel oder? ja in der Hoffnung dass er mich gar nicht erwischt ähm weil das halt so weit vom Boot weg ist hä wozu setzt man dann die Heilmaske auf? wenn es nichts bringt das schnalle ich nicht ganz so hoffen wir mal dass er mich hier nicht angreift das wäre sehr nett da ist Eisen top da ist Eisen top kannst ja auch mal den Ziegel im Auge behalten falls der irgendwann getrocknet ist weil wenn wir schmelzen können sollten wir das sofort machen ist nämlich relativ mühsam man kann halt immer nur ein Erz gleichzeitig schmelzen und das brauchen beide ja so ist das irgendwann mal ein bisschen nervig das heißt wir sollten eigentlich theoretisch auch noch eine Schmelze bauen direkt shit 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 Luft nein so so atme und weiter geht's und weiter geht's